Wir sind APEC, ein junges Unternehmen aus dem Erzgebirge. Ganz nach dem Motto, do it for nature, wollen wir unsere Produkte nachhaltig produzieren und ein unvergessliches Unikat für jeden Kunden schaffen. Deshalb betreiben wir Upcycling, um aus alten Stoffen neue, einzigartige Produkte zu schaffen. APEC, ein kleines Wort mit großer Bedeutung. Es verbindet nicht nur unser Motto, sondern auch unsere Geschäftsidee. Wir verarbeiten alte Stoffe zu neuen, einzigartigen und modernen Taschen. Nachdem wir APEC zum Leben erweckt haben, haben wir uns anhand unserer Interessen und Fähigkeiten in Abteilungen eingeordnet, um unsere Stärken zu 100% auszuspielen. Durch intensives Entwickeln von Prototypen könnten wir schnell mit der Produktion beginnen. Auch wenn das Jahr nicht glatt verlief und es viele Höhen und Tiefen gab, konnten wir uns durch gute Team-Moral stetig weiterentwickeln. So entstanden nicht nur Taschen aus alten Jeans-Stoffen, sondern auch bedruckte T-Shirts aus 100% Bio-Baumwolle. Dank dem Verkauf von Anteilsscheinen konnten wir uns ein Startkapital aufbauen und das Bedrucken von Textilien und Herstellen von Taschen finanzieren. Schon beim ersten Großauftrag konnten wir unsere Fähigkeiten unter Beweis stellen und die Produktionsabläufe wurden immer weiter optimiert. Auch die jetzige Situation haben wir zu unserem Vorteil genutzt. Wir vertreiben unsere Produkte nicht nur lokal, sondern auch über das Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017